Das ist Sophia und ihr Grossvater. Sophia findet die Puppe eher weniger cool. Sie hat viel lieber Traktoren. Grosse, schnelle, starke Traktoren. Als sie dann im Kolb den Traktor sah, wusste sie, ich muss sparen. Und so ist Sophia mit ihrem Grosspapi einkaufen. Weil er ihr immer das Rückgeld schenkt. Sie wusste aber schon, so geht das noch ewig. Aber weil man bei Kolb für fast jedes Produkt eine günstige Alternative findet, hat sich das Rückgeld des Opa plötzlich vervielfacht. Kolb für mich und dich. Und Sophia, der Grosspapi und ihr nächstes Projekt.